Ich bin seit über 25 Jahren Polizist. Vicky Reisinger. Wir sind jetzt partnerschätzig. Sind Sie eine Rassistin? Wir waren es. Wir alle. In was stecken Sie da drin? Die glauben, dass Kerker noch nicht mal eine ganze Wahrheit ist. Was wollen Sie von mir? Ich bin Polizist. Lassen Sie mich an! Wir werden Sie hier so lange grillen, bis Sie auf beiden Seiten eine schwarze Kruste haben. Daraus hat Sie im Wagen nichts normal! Scheiße! Warum? Was wir gemacht haben, war Kräger im Leben. Ich nehme Sie fest, wegen des Verdachts erfordert Betäubungsmitteln und Mord. Daraus hat sie es an zu kalender Seite. Du hast sie jetzt! Dann kommen Sie die großartige Salad melhoren. die Sie mit der Nase aufgewacht. Daraus hat es dann doch nicht lange liegt. Ich bin Polizist.